Spilligum! Okay, jetzt sind wir glaube ich genau da, wo wir hinwollten. Ja. Ist gut, dass wir vielleicht ein Tape kriegen? Nice! Gucken wir mal, dass wir noch das Geld kriegen, was da war. Ich glaube, da kommt man so dran mit einem No Comply oder sowas. Ne. Ne, so auch nicht. Ich wäre gern mit diesem Summenbereich fertig hier. Ja, schön. Na komm. Wieder oben ist noch was. Okay. Hydranten. Würde ich jetzt sagen. Machen wir. Einen habe ich bisher gesehen und das ist sehr wenig. Aber ich habe auch glaube ich nicht wirklich darauf geachtet. Ähm, ja. Da ist einer. Da ist einer. Drei gibt's. Ja. Da wird ja eine schöne Sucherei hier. Das ist ein relativ großes Level. Ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich nur da oben an der Straße sind. Da ist noch einer. Da ist die letzte. Ah, ich dachte, da könnte man drüber. Ich wollte keinen Special-Trick machen. Da soll ich ein Fifty-Fifty drüber... Ich glaube, Dennis hat da auch oben gegangen. Wie soll man denn da hochkommen, bitte? Ist das die überhaupt? Ist das die, ist das die Statue? So jedenfalls war ich. So jedenfalls war ich. Ich habe kein Kickflip-Mac-Twist geplant. Nee. Ich habe eigentlich nur ein Grab gemacht. glaube ich. Ach. Scheiße. so jedenfalls. Ach, Moment. Oder meint der... an der Seite? Funky Music. Es kann natürlich sein, dass der unten auf dem Plateau, wo das draufsteht. so. So. Weiß das jemand, wo ich den genau machen muss? Also jetzt nicht da, sondern auf diesem... Ich glaube jetzt haben wir gar nichts geschafft. Ich will das jetzt auf jeden Fall hinkriegen. Auf jeden Fall ein Fifty-Fifty, weil ich glaube nicht, dass man da irgendwie so ein Kiss-the-Rail oder sowas dran machen kann. Weil das so ein 2D-komisches, merkwürdiges Sprite ist. Aber da springe ich viel zu weit. Okay, das war ein Fifty-Fifty an der Unterseite. Ähm. Das ging auf jeden Fall immer nicht. So. Eindeutig ein Fifty-Fifty. Das stimmt. Das ist zwar nicht das Spiel, mit dem ich groß geworden bin. Das war bei mir Tony Hawk's Pro Skater 3 für die Playstation 1. Da gibt es auch eine Playstation 2 Variante von, aber ich habe immer die Einser gespielt. Scheiße. Aber allgemein, Tony Hawk Soundtracks, außer der von Tony Hawk's Pro Skater 5, da brauchen wir aber nicht drüber zu reden, sind sehr gut. Okay. Dann, ähm. Gucken wir mal. Aber wir müssen sowieso den Geldschein da kriegen. Deswegen würde ich sagen, fucken wir uns erstmal damit ab, aber wir müssen schon mal wenigstens... Wir müssen da nicht dran grinden, also wir müssen nicht perfekt da drüber mittig. Scheiße. Nicht perfekt mittig dafür sein. Die haben relativ großen Spot und relativ große Hitbox. Scheiße. Das wäre perfekt gewesen. Ha! Nein! Das war so, so nah da dran, ne? Das sind 250 Takten. Ich lese das gleich. Ich habe gesehen, dass du die Location dafür geschrieben hast, wo das ist. Aber ich möchte gerne erst den dummen Geldschein da kriegen. Ha! Weil für die 100% brauchen wir die, glaube ich. Alle Sachen zu holen. Wenn ich da nicht immer verkacken würde, zu spät zu springen, ne? Dann wäre das... Würde ich das hinkriegen. Okay. Okay. Wenn du oben beim Start irgendwo runterfährst, rechts halten, hast du eine Pipe in der Mitte von einem kleinen Platz. Da sind zwei Dächer. Dort ein blaues und ein grünes. Okay. Das habe ich jetzt nicht so im Kopf, wo das genau ist, aber wir werden das schon. Finden. Finden. Wir. Ach, das ist bestimmt das kleine Pizza-Bütchen oder so, was da unten ist, ne? Das sah so ein bisschen mit einem Pizza-Bütchen aus. Ne, ich will kein Manual machen, alter. Sobald ich den Geldschein habe, werden wir uns um die Skulptur kümmern. Ich meine aber, Dennis hätte auch versucht, hier über die Skulptur drüber zu kommen. Oder er hat versucht, an den Geldschein ranzukommen. Ich bin jetzt regel created, man. Mann! Mann! Nein! Ich hoffe, ich langweile euch nicht so sehr damit. Aber es muss nun mal sein. Bei der rechten Graffiti-besudelten Säule. Ja, ich habe eben gerade links gedacht. Weil da links runter ist halt... Da geht halt auch ein Weg lang was zu so einer kleinen Pizzeria oder sowas. Also direkt hier, wenn man da den Weg runter geht. Aber... Ist ja rechts. Das kann nicht sein. Okay, jetzt haben wir Spess... Spessel. Spezialanzeige voll. Das heißt, wir sind jetzt am schnellsten. Mann! Ach, komm schon! Hätte ich doch... Oh, ich war in der Säule drin. Da geht's ganz schön. Ich bin... Wir sind hier mit dem, dass ihr drauf. Und dann wollen die Säulein, dass ihr drauf. Zeig! Warte! Deine Meist! Untertitelung des ZDF, 2020